Heute am Sonntag um ca. 13 Uhr stehe ich am Feierabendhaus und bin überrascht, dass die Fahrzeuge der Stadtspitzen auf dem Parkplatz stehen. Einmal das Fahrzeug, das der CDU-Fraktionsvorsitzende benutzt und auch das Fahrzeug des Kita-Zweckverbandes im Bistum Essen, das für gewöhnlich durch den Vorsitzenden der SPD-Fraktion benutzt wird. Auch das tolle Fahrzeug des Bürgermeisters steht dort, der EBM30. Herr Schöpfel, kannst du noch was sagen? Ja, gleich. Hier am Feierabendhaus könnten Verhandlungen über den Haushalt der Stadt Mahl stattfinden. Die Spitzen der BUM-Fraktion und auch der FDP sind anwesend. Es zeichnet sich ab, dass es einen Haushaltsbeschluss am 21. Juni geben wird.